Wir laufen hier gerade durch ein asozial perverses Hotel, irgendwie weil es da nicht weiter ging. Da haben die uns einfach mal freundlicherweise durchgelassen. Ja, freundlicherweise haben die uns mal durchgelassen und es ist einfach asozial barbarisch gut. Überall Kronleuchter und asoziale Möbel, asozial pervers eingerichtet. Einfach hier mal. Naja, jetzt sind wir wieder raus. Bei Nachts sieht das hier irgendwie noch ein kleines Stück.